Hallo, ihr Lieben. In aller Kürze. Am 1.8. war meine Frau auf einer Demo in Berlin. Und als sie zurückkam, hat sie von ganz, ganz tollen, wunderbaren Menschen erzählt, die gemeinsam friedlich demonstriert haben, die einstehen für ihre Grundrechte, für Frieden und für Freiheit, die einstehen für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Daher lade ich euch jetzt am 29.8. wieder nach Berliner, dass die ganze Welt, ganz Europa nach Berlin reist und gemeinsam mit uns für unsere Grundrechte, für ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben einzustehen. Denn darum geht es uns, ihr Lieben. Wir wollen eigenverantwortlich und selbstbestimmt leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017